Okay, da kommen jetzt die ersten Bösen runter. Ich meine, Raketen wäre von nachladen hier. Bevor ich hier mal was anschießen kann, das ist aber die Laufengeschränke. Wir sind auch schon in Reichweite. Kriegssatelliten. Hä? Oh. Aber Kriegssatelliten. Hey, hier ist ne Truhe. Oh. Deine Beute hier bei mir. Oh, jetzt hab ich aufmont- ich hab das Ding hier aufgemacht. Hier? Siehst du mich? Ja. Und dann hab ich meine Mondmission fertig gehabt, lustigerweise. Kann ich mit deinem eigentlich weiterfahren? Schade. Oh, ich hab Helium- irgendwas bekommen. Ja, genau. So, wo ist jetzt hier? Le madame. Uh, da ist Platz. Alter, der hat ein Schwert. Ich will auch ein Schwert haben. Oh, Mann. Wie geil. Ich hätte auch richtig Bock auf ein Schwert. Und dann richtig reinmachen. Ja, mega. Oh. Hier ist auf jeden Fall die so genannte Gegner-Affensammlung. Da liegt überall guter Loot rum. Oh, hier ist so ein dicker. Ja, ich bin drauf. Ey, das soll ja... Soll ja eigentlich jetzt... Jetzt kann man vielleicht gut präzise Kills machen. Nee, die farmen die ja alles vor der Nase weg, die Leute. Na gut, dann geh ich da wieder schrotze bei. Waller einfach drauf. Einfach drauf wallern. Oh, hier ist ein dicker Käpt'n mit nem Schlong-Schwert. Wo, 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 wo? Ja, ist tot. Okay. Hm, Sachen. Also noch irgendwas. Fast geschafft. Nur noch ein bisschen. Sehr gut. Ey, der Typ mit seinem... Boah. Der ist wahnsinnig geil. Wo ist das nächste Ding? Oh, da. Oh, die schwarzen Dinger wieder. Grade Freigeschaltet. Yes, abgeschlossen. Deutschland erreicht. Goldstube. Oh. Oh. Hausreinigung abgeschlossen. Hausreinigung. Ja, nice. Geil on. Du musst nur mit so'n Schar-Instrument scannen. Ja, das war bei uns unten. In der Höhle. In der Höhle. Ja. Dann müssen wir also wieder in die Höhle. Nicht genügend Platz. Geht mal weg hier. Alter, so fett seid ihr alle. Gar nicht. Du mit deinem fetten Gewehr, Mann. Ey. Aber der Typ da mit seinem Samurai-Schwert war echt ruhig. Du hast gerade den Gegner einfach so weggeslidet voll gut. Hey Honey. Hallo. Hoi. Ich muss mal ganz kurz was upgraden. Ich hoffe, ich krieg mein... Ja, stimmt. Ich hab auch was zum Upgraden. Ich kann nämlich auch graden. Voll great, Mann ey. Ich krieg mein Doppelsprung wieder. Das ist vicious great. Erhöht das maximale Sprint-Tempo. Und vergrößere die Rutsch-Reichweite. Nice. Auf jeden Fall heftige neue Boots gerade angelegt. Mehr Munition für Fusionsgewehre. Was? Ein Kill mit dem letzten Projektil im Magazin verringert die Nachladezeit. Pulsgewehr. Ja, das hat ja nur einen. Na ja, gut. Okay. Hautgewehr, Impulsgewehr. Ich glaub, dann nehm ich das Impulsgewehr. Ob hier immer noch aufgeräumt ist, wahrscheinlich nicht. Ab in die Donkelheit. Oh, ich hatte so Angst. Ich bleib wieder im Laden hängen, ne? Aber nix passiert. Ach, hier ist immer noch alles. Da hätt ich dann noch Schuhe gekauft oder sowas. Das wär ganz schlecht gewesen. Wow, das ist ja wirklich ne erhöhte Laufgeschwindigkeit. Der hat sich aber gemerkt, dass wir hier alles schon umgeschnallt haben. Wollen wir kurz umgucken, ob wir den toten Geist kriegen? Ja. Da ist nämlich ein toter Geist. Uh. Wir wissen bloß noch nicht, wie wir da hinkommen. Verdammt. Der ist hier hinter, nämlich. Vielleicht muss man das hier kaputt machen. Nee, der war unten. Oder? Ja, ja, genau. Aber ich dachte, wir kommen jetzt von hier oben irgendwie da dran. Aber anscheinend nicht. So, da unten, hier unten ist er auf jeden Fall. Hey. Vielleicht reicht's ja mal draufschießen. Ach, da, ja. Genau. Ne, ich hab schon geschossen. Das bedeutet, man muss sich irgendwie... Ah, vielleicht noch einen weiter runter. Ne, ist Quatsch. ...den Turm hoch und runter arbeiten oder sowas, aber... Oh, hier unten geht's aber weiter. Das sind ja auch Gebiete, die man teilweise erst erreichen kann, wenn man schon die und die Fähigkeiten hat. Da unten ist auf jeden Fall sogenannte Aktion. Wollen wir einfach mal rin und gucken, was passiert? Oh, seid ihr einfach rüber gesprungen? Hier seid ihr unten. Oh, hier ist einfach so ein Gegner. Noch einer und noch einer. Geh mal rein ins Getümmel, ne? Mach das. Wir sind Ritter. Und da sind auch, äh, Leibeigene. Ja. Und ich glaube, ich hab ne Hexe gesehen irgendwo. Oh ja! Ja, ich höre eine. Ja, Hexe ist direkt vor mir. Oh! Stirb! Hexe down, glaub ich. Gott, wie schön ich daneben geschlagen hab, oh Gott. Sind down, oder? Ja. Noch mehr Viecher? Ach, mit dem Impulsgewehr komm ich schon viel besser, klar, wenn es um präzise Kills und sowas geht. Okay, mein Super ist bereit. Alter, was ist denn hier? Oh! Leibeigene! Ich hab leider keine Muni mehr für meine geile Schrotze. Hm. Ich bin auch gerade hier wie wild an Munition aufsammeln. Äh, wir müssen jetzt weiter nach runter, ne? Genau. Oh mein Gott, ich laufe so viel schneller. Nyauuu. Nnennennen. Hier war so ein Ding, das ist geplatzt. Oh, hier sind überall so... Ja, das sind wieder die Platzis. Die Platzis. Ein paar davon zumindest. Ich glaub, die gehören ja auch zu unserer Daily, ne? Ja. Ich glaub auch. Okay. Hier sollen wir... Äh, hier hinter ist es grün. Scannen. Ah ne, okay. Einfach ein Tor, das zu. Was war das? Umgebung scannen. Okay, dann mach ich das jetzt grad mal. Tu es, bitte. Kommtest du vor, als hätten wir die schon mal gemacht? Ne, wir waren ja mal für ne Story-Mission. Dinkelheit abgeschlossen. Okay. Kommt jetzt wenigstens nochmal irgendwie so ne dicke Schlacht, oder? Nö, das war's schon. War ja Patrouille. Ne? Mäh. Hm. Jetzt sind da unten weiter. Borde. Wir sind jetzt wieder raus, ich hab doch keine Orientierung bei sowas. Patrouille verfügbar. Oh, da kommen Möpse. Wir müssen jetzt wieder raus. Hä? Oh, jetzt. Möpse vor Möpse. Ritter, drei Stück. Das war'n Headshot. Hier ist ordentlich muni schon. Oh, ein Gramm. Hallo. So. Wir sind hier hin. Geh noch weiter runter. Wir haben uns mal einfach um jetzt hier. Wir waren ja für ne Story schon mal hier. Vielleicht ist da auch wieder so'n fetter Boss unten, oder sowas. Becker Boss. So. Hier leuchtet beide so schön, wenn ihr recht. Tim, du leuchtest jetzt auch, Anni. Ja, ich spür's auch Shiny. Oh, da unten ist bisschen was. Oh, yes. Das ist Weltengarn. Ja, da waren wir schon mal. Aber hier ist relativ ruhig. Oh. Haha. Soviel da hast du. Ritter ist down. Au. Dann ist auf jeden Fall noch mehr Action. Oh. Hui. Kajak abgeschlossen. Nice. Ich hör neben mir irgendwas ganz laut kreischen. Egnats. Was ist das? Oh Gott, da kommt doch wieder raus hier. Woah. Achtung, Explosie. Auf jeden Fall ein N Gramm kassiert, aber ich bin auch quasi tot. What the fuck? Oben ist ein Ritter. Wieso sind das so gruselige Geräusche? Nice. Läuft. Wow. Oh. Okay. Die Dinger explodieren auch in einem dran. In einem dran. Dings. Oben an. Am. Also ich. Hallo. 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 So. Ja, okay. Okay. Hier unten ist auch nichts mehr, ne? Ne. Ich glaub, das ist Spaß jetzt. Oh, hier geht's noch weiter. Oh. Ui. Ja, mal tiefer runter dann, ne? Oh je, meine. Ach. Und das war's? Ah, ne. Mir schwammt ganz. Oh Gott. Das ist ja auch ne Abkürzung um wieder rauszukommen. Glaub ich echt. Hier ist nämlich gar nix los. Ja, dann hätten wir auch da reingehen können wahrscheinlich. Ja, das Loch haben wir noch nicht gesehen, weil so. Weil kacke, wo bin ich denn jetzt runtergefahren? Ach ne, die Treppe. Äh. Äh. Ich bin so dumm zum Laufen, ey. Äh. Äh. Ein Orientierungssinn in solchen Spielen ist. Ja, meine Supa sieht da richtig schön. Schön, dass sie so offen, wenn da ready ist. Äh, da. Äh. Äh. Ups. Ja. Bitte? Das klingt auch nach Spaß. Äh. Oh, da schießt irgendwas auf dich. Ja. Warte, renn weg. Hahaha. Hier ist auf jeden Fall grad Aktion. Oh, lauter Wetter und Ankolyten. Scharjäger abgeschlossen, ne? Das ist doch schön. Hier kommen jetzt diese ganzen, ähm. Wie soll ich sagen? Tut die Akolyten von der einen Seite mal weg machen. Wenn die uns nicht von rechts in die Flanke fallen. Äh, links. Hexe. Hexe, ja, ja. Und den kann man jedenfalls durch den Präzisionskills supergut machen. Down. Akolyten auch down. Och ja, wirft die Granate in, 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 in. Nach dem Bug-Duo. Ist da hinten noch Action, oder was? Ich schau mal vorbei. Wo denn, Hanni? Die Metze, was ich da oben grad tue. Da lag doch grad noch Muni? Ja. Ach ne, ein Engram. Oh, sweet. Ich brauche noch neun präzise Kills und... Oh, da, da, da ist unser Blinky-Blink-Zeichen. Ich brauche noch... Äh, präzise Kills. Ich brauche noch 27, äh, 23. Ich zähle die gar nicht. Das schaffe ich hier nicht. Naja, ich gucke ja immer auf dem Bildschirm. Hab das ja verfolgt, dann sehe ich ja, wie viele ich da noch hab. Ist ja einladend. Äh, was ist denn hier jetzt los? Ach da. Ist das so dunkel? Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, der Boden. Wow. Ging nochmal das Licht. Ähm... Schöner Boden. Schöner Boden. Sehr einladend. Hinter uns, neben uns, rot, alles rot. Erwarte ne dicke Party. Oh je. Oh je. Boah. Das ist ein, äh, Ritter gewesen. Wir sind auf jeden Fall wieder Explosion-Bots. Na toll. Oh, vergiftet. Hier ist irgendwo Gift auch noch. Tatsache, ne? Das heißt, die Gegner können doch noch Giftschaden machen. Weiß nicht. Ich will auch. Dicke halt echt nicht, wo ihr seid. Ich renne dir die ganze Zeit hinterher und du rennst weg. Hallo. Also noch Viecher. Leib-Eigene. Ich muss auf dem Tank hinterher laufen. Explosion Boys & Girls sind hier am Start. Noch mehr. Glaub nur die, die richtig Explodierenden sind die Grünen. Ja, die haben einen anderen Namen. Ganz eklige Geräusche gemacht. Ja, die haben einen anderen Namen. Der ist ein verfluchter Leib eigener oder so. Ah ne, ein Gramm und ein... Headshot. 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 Hexen. Nein, doch nicht. Ja. Ja, aua. Vergiftet. Die machen tatsächlich so Nachwirkungsgiftschaden. Voll ungeil. Mein Super ist bereit. Das gefällt mir. Boah, ist die schnell ey. Wo ist die Hexin? Kriegt die Super an der Backe. Ja, die rennt weg. Die ist aber gleich down. Ja, das war meine Granate. Was hat sie jetzt davon? Da oben war noch irgendwie so ein Heini. So, weg. Das sieht aus, als hätten wir sie alle getoastet. Getoastet. Wo sind wir jetzt hin? Teil auf meiner Karte kann sich nicht entscheiden, wo wir hinspringen sollen. Irgendwo runter oder was? Ihr seid männlich. Ihr müsst Orientierung sind. Sag doch mal was. Runter. Aber wir kommen noch von unten. Wir müssen hoch. Wir kommen noch von unten. Wir müssen ja wieder raus. Wir müssen ja wieder an die Oberfläche. Ich hab ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Aber ihr seid doch Männer. Ich weiß nicht. Hier ist eine schöne Tür, aber die geht leider nicht auf. Vielleicht wieder zurück? Ne, ist auch Quatsch. Ich hab's gefunden. Sehr lang. Okay. Ah. Guck mal. Das sieht aus wie... Oh! Gegner! Ja, mich hörte ich. Also inzwischen haben die aber nicht mehr viel gegen uns, ne? Nö. Oh, so. Ah, Oberfläche. Oh, sieht aber schön aus draußen. Wo sind... Die Sonne geht gerade auf am Mond. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Die Sonne geht gerade auf am Mond. Ja, das ist immer so ein bisschen verwirrend, weil wir sind ja auf anderen Planeten und... Laden. Ich mag das Wort Laden nicht. Oh, bei mir auch. Jetzt bin ich durch. Hallo. Hallo, hallo. Oh, war ich tatsächlich das erste Mal das erste durch? Interessant. Interessant. Oh, das nenne ich Gegners. Juhu. Ritter. Bye, Ritter. Ja. Dafür, dass sie so einen fetten Panzer haben, kommen die mit Messern, aber nicht so gut, klar. Ach man, das sieht ja schon nach draußen aus. Oh, wir haben es draußen geschafft. Ja. Okay, das bedeutet, wir können jetzt zu unserem nächsten Patrouillenpunkt. Da hinten sind ganz viele angezeigt, da drüben ist einer angezeigt. Ja, das ist ja nice. Hier oben war doch einer, oder? Ja, direkt hier oben. Das dürfen wir wahrscheinlich nochmal rein. Wollen wir ein verfügbar da vorne? Wir müssen wieder so Zeug sammeln. Ja, interessant. Wunderbar. Bitte bringt ein paar mit. Okay, bringe wundervolle Sachen mit. Bringe Steine. Da drüben sind Gegner, also wird die wahrscheinlich meinen, da, dass man sie tötet und die bringen dann Sachen mit. Auch. Viele, viele Geschenke. Was geht ab? Guck mal, wie die sich schon freuen. Hallo, liebe Freunde. Hinterlassen die was nicht? Nee, irgendwie nicht. Äh. Schalen. Hallo? Was könnte denn Schalen? Durchsuche tote Scharen nach Schalensplitter. Achso. Aber das war, da brauchen wir Schar. Wo finden wir Schar? Schare. Umfahren bis wir weg sind. Frau hat nicht gesagt, das wo gibt Schar. Das finde ich schade. Schade. Vielleicht da runter, da ist so da unter. Oh, da ist dunkel. Da ist dunkelheit. Da ist dunkelheit. Also das ist einfach nur ein, ein sogenannter Tunnel. Das war langweilig. Ne, da sind wir hergekommen. Ja, sind wir hergekommen. Ich guck dann, ob die geben Sachen. Ne, das sind doch Schar, oder? Das sind Akku und Hüten, ich weiß nicht, ob das Schar sind. Achso. Doch, doch, doch. Ach du Scheiße, jo, okay. Die droppen das gar nicht mal so wenig. Ne, ich glaub wir sind fertig damit dann jetzt. Das war eine sehr schöne Quest. Ja doch, die war unglaublich kompliziert. Sehr einpausreich. Machen wir Orbit or what? So, da drüben. Wow. Aber da oben geht's ab, oder was? Ne, das Schiff ist weg. Das ist vertrieben. Ja, ich weiß nicht, ich glaube wir könnten jetzt mal das hier beenden. Wir haben ja unsere Dailies damit durch. Wir sind eingeschossen und wir könnten jetzt vielleicht diesen Strike machen, der so lustig klingt. Hätte ich sehr, sehr viel Freude dran. Geil. Sollen wir davor nochmal zum Turm oder nicht? Weil ich hab einiges an den Grammeln. Ja, ja, ja. Wir können gerne nochmal zum Turm gehen und uns das alles angucken. Binde ich sehr gut. Und an dieser Stelle werde ich jetzt auch zur Buddel greifen und euch zu prosten. Prost. 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 Ich hab hier noch Wasser im Moment. Was hast du gegriffen? Buddel. Buddel. Buddel voll rum, oder was? Ja sicher. Achso. Natürlich. Prost. Damit der Tata in der Hand weg geht. Auf zum Turm. So. Also wenn man jedes Mal diesen Steuerknüppel drücken muss, um zu rennen, mir tut der Daumen jetzt schon weh. Ja, das ist irgendwie echt auch. Aber ja, das geht. Mega ätzend. Ich hätte es angenehmer gefunden, ehrlich gesagt, wenn man es irgendwie auf L2 oder R2 oder so gehabt hätte. Aber das... Ja, ich guck mal. Vielleicht kann man... Ich meine, kann die Steuerung in den Einstellungen ändern. Oh, dann machst du mir auf den Playstation-Button. Was ist das? Bloop aus. Oh. Zu lange gedrückt. User disconnected from your channel. Hä? Aber ich würde das ausweichen, diese Slide-Rolle, dieses Ding da. Das könnte man runternehmen. Der Kreis ist das ja da. Achso. Stimmt. Vielleicht kann man das ja noch umlegen. Ist zwar auch bestätigen, aber das sollte sich dadurch ja nicht ändern. Ich habe Slide-Rolle noch nicht ein einziges Mal benutzt. Na klar. In der ersten Folge doch, dass immer alles rutscht. Ja. Aber ich meine, im Kampf nicht. Ja, man kann damit eigentlich super dodgen. Das Problem ist halt einfach, du musst rennen, um zu dodgen. Und dafür finde ich das eigentlich total nutzlos. Du musst ja auch zielen. Weil das Ding ist, wenn ich da so eine Horde Schar vor mir sehe oder so... Ich bin doch auch nicht sliden, sondern wir so schlitzen. Dann macht es in meinem Kopf da in der Affe mit den zwei Becken. Und ich drücke einfach wild auf Knöpfe. Früher bei Tekken immer. Ich habe was Neues in der Post. Aber wenn man gewonnen hat, war man immer so... Ja, nee klar, war können. War klar. Natürlich. Kreis, Kreis, Dreieck, 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 Kreis, oben, unten. Ja. 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 Ja.